Ist das Ergebnis gut, weil sie nicht wieder verloren haben gegen Borussia Dortmund oder schlecht, weil sie wieder nicht gewonnen haben? Mich interessiert es nicht, was vorher war. Heute ist es nicht gut, denke ich. Wenn man das Spiel sieht, hätten wir das Spiel gewinnen können, müssen vielleicht sogar. Wir haben die Großzahl der Chancen gehabt. Ich glaube, lange war es ein Spiel auf Augenhöhe, es war offen wenig Tors sehen, aber ich glaube, hinten raus haben wir dann doch deutlich mehr Chancen gehabt.